Okay, du musst jetzt mein Bein halten. Okay, halt mein Bein! Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen auf dem Krass-Klassenfahrt-Account. Wir wurden von der Produktion beauftragt, eine Yoga-Chall zu machen. Wir treten an gegen Georg und Hortensia und Tesla und Fatima. Ich bin echt aufgeregt, bist du aufgeregt? Ja. Wir haben sowas noch nie gemacht. Deswegen das erste Mal. Ich hoffe, wir stellen uns nicht zu dumm an. Sorry, let's go. Ja, okay. Das geht noch, ne? Ja, das ist noch relativ easy. Ich weiß nicht nur, ob ich meine Beine überhaupt ausstrecke. Es ist einfach. Warte, geht's? Warte, lass mich mal, lass mich mal ausstrecken. Ja, warte mal. Ne, mach erst mal einen Fuss. Erst mal einen Fuss, geh. Ah, das ist wieder gewesen. Ey, das ist sad, oder? Ja, das ist sad. Alter. Oh. Das wird nix. Geht's um dich nach Dacu oder so? Nee, alles gut. Okay. Es ist schön warm. Okay. Okay. Ich bin der Typ, der so macht, oder? Ah! Mach schnell. Du musst weiter nach hinten mit deinen Händen, glaube ich. Komm auf mich drauf, komm. Okay. Ah! Okay, ich schwöre, ich kann das erst nicht. Du musst hier sein. Du musst das machen, wenn man die Füße anfasst. Kann die Füße nicht berühren? Ich auch nicht. Kann man die Füße nicht berühren? Ich auch nicht. Soll ich das mit den Füßen machen? Nee, nee, das ist einfach. Sieht einfach aus. Bestimmt. Oder ja, du lieber mit dem Füße. Bereit? Nee. Ja. Also mit dem Sakko, da geht nicht mehr. Oh Gott. Ach, du wirst mich so verarschen. Nee, du musst jetzt mein Bein halten. Okay, halt mein Bein. Halt mein Bein. Kannst du meinen Stand? Ja. Das ist so. Ich kann wirklich falsch machen. Also, ich glaube. Ich weiß ja nicht, ob ich dich halten kann. Kannst du das bitte? Ach! Ey, soll ich? Ich glaube, das wird so. Boah, eins auf. Ja. Hast du? Nein! Ah ja. Ja, ja. Mhm. Okay, ich weiß schon, wer oben ist und wer unten ist. Mhm. Ich oben, ne? Ja. Gut, super. Nein, komm, da setz ich hin. Okay, du musst einfach nur meine Beine aushalten, ja? Also, hier. Fückst du das hin? Nee. Okay, nimm. Ja. Hast du meine Glück? Ja. Okay, nicht so. Also, ich bin hier oben. Also, ne? Du bist oben, oder? Was soll ich denn machen? Ah! Was soll ich denn machen? Ah! Was machst du wirklich? Was denn? Ah! Okay. Jetzt geh runter. Okay. Okay. Ich geh nach unten. Ja, du musst es unternehmen. Ich kann. Inshallah, ich glaube, ich schwöre. Ah! Oh mein Gott, ich kann das machen. Oh mein Gott! Ich schwöre, ich schwöre. Ich muss weiter. Ja. Klasse. Muss ich dann, muss ich auf ihr dann liegen, ja? Ich hab, äh, meine Wirbelsäule ist krumm. Also, ich glaub, das wird, das geht doch nicht, oder? Du kannst probieren. Ja, du springst doch hoch. Ja. Und du musst dann, du musst dann runtergehen. Ja, das finde ich auch. Nein, nicht so. Du musst den gerade halt unternehmen. Mhm. Ja, geht, das geht ja nicht. Aber wir probieren es dann. Aber du willst ruhig bleiben, ja? Okay. Okay. Nimmst du meine... Ja. Okay, Moment, 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 Moment. Okay. Nimm mal wieder meine Handgelenken. Nee. Ich springe erst mal meine... Okay, und hopps! Okay. Und? Wo? Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Das war's jetzt mit der coolen Yoga Channel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich denke, wir haben es ganz gut gemacht. Glaube ich auch. Es war tatsächlich... Gar nicht so schlecht. Ja, glaube ich auch. Falls wir es doch nicht so gut gemacht haben, dann lasst uns gerne ein Like da auf dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr könnt ihr bien sehen bei einem Film. Auf bist du位다가 ö reagerstellt..." Frankfurt lund. 張